Gegen den Shen haben wir das ja eben gerade auch gemacht. Ja. Ah Warum Warum macht er denn jetzt schon eh Oh, das ist so ein alter Griefer Jetzt gucken wir nur, ob der Ivan da startet Wenn er das jetzt nämlich markiert Und der Shen ihn dabei taunten kann Und wir warten jetzt hier auf Ivan und Töten ihn dann Ich bin dann Sehr nice Sehr nice Sehr nice Okay, great Hm, woher wusste der Eiver das? Ist der einfach ein guter Spieler? Hat er einen guten Gaming-Stuhl? Wann war es? Ist der einfach nicht sicher? Können wir? Das ist so wichtig, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, das ist so wichtig. Oh, whatever. Okay. Ich denke, soweit ist das alles gut. Toplane hat jetzt glaube ich auch Kingdom, oder sollte zumindest Kingdom haben. Ich bin far ahead of enemy jungle, bin ich da? Das ist so wichtig. Karachina ist sehr gut. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Okay. Das ist so wichtig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir wollen Katarina weiter nach vorne bringen Oh mein, wir haben die Steff, die ist so bad in diesem Game, das ist crazy Oh mein, wir haben die Steff, die ist so bad in diesem Game, das ist so bad in diesem Game Whatever, 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 habe ich viel Zeit gewastet mit dem Kandidaten Oh, ich kriege gerade ein bisschen Hass auf den Aber gut, ist sogar Ich hätte nicht smiten sollen Ich bin ein dummer Bastard Wenn ich auf den Kandidaten gehen werde, habe ich viel Zeit gewastet mit dem Game Oh, wenn Katarina gefolgt, dann hätten wir da reingehen können. Jetzt machen wir Drake, wir haben Channeled Up. Ja, wir können das fighten, wenn wir wollen. Weil wir haben Channeled Up. Ah, das ist gut. Warum rennt der Rakan da überhaupt rein? Ich check das nicht. Wir sehen die wieder da reinlaufen. Es ist so stupid. Es ist so crazy stupid da einfach rein zu gehen. Wir können nach dem Break alleine da langlaufen. Oh mein Gott. Ich krieg den Kill. Das bin ich. Oh mein Gott. 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 Das wird seine Deck oder das Ok. Ohne Sanfte. Oh mein Gott. Okay, wird alles da. Was ist das allem? Ach krass wie viele Leute hier in League Relations rumlaufen, die einfach in eine geschlossene Anstalt gehören. Es ist wirklich, es ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Ja, es ist wirklich krass. Ah, das würde gut sein, das würde sehr gut sein, wenn er jetzt nicht stirbt. Ja, das ist sehr gut. Ich kriege Iron. Ah, das ist schon wieder Shield da. Ach Mann, ich dachte, was? Ich habe meinen Exhaust noch nicht durchbekommen. Das war my bad hier. Ich habe meinen Exhaust nicht durchbekommen, weil Stingsens da war, als Yon da war. Nice, Mann. Serious? Oh, wie wichtig das ist, ey. Ui, ui, ui. Da haben die Gegner jetzt ordentlich gegrieft, auf jeden Fall. Ich habe meinen Exhaust nicht durchbekommen, als Yon geultet hat, ne? Das wäre so wichtig gewesen. Dann habe ich meine... Dann habe ich Ivern nicht down bekommen. Ja, das Exhaust hätte schon alles gebracht, ne? Ich hätte ihn halt treffen müssen, aber ich habe ihn nicht getroffen. Geiles Ding. Ich wollte die ganze Zeit on my way ping und nicht, äh, question mark ping, ne? Wir könnten hier rüber ehen und dann mich töten wollen. Ich bin nicht gerade sicher, ob das das richtig bad ist. Ich bin nicht gerade sicher, ob das das richtig bad ist. Ich meine, woher? Woher? Hatten wir da Wischen? Oh, mein Junge, das ist so ein schöner Champ, ne? Das ist krass. Wirklich, äh, wirklich ein guter, also guter Champ einfach. Wichtig. Okay, war my bad aber. War my bad. Muss ich akzeptieren. Ah, ich wollte nochmal my bad schreiben. Ist immer gut, my bad zu schreiben, ne? Wenn man dazu in der Lage ist, psychisch, dann sollte man das auch machen. Ja, die kriegen den früh genug, glaube ich, ne? Sonst sollten die auf mein Smite warten. Wohooo. Also, okay, wirklich. 1A, tip top. Du siehst sie doch, du dummer, ekeliger, Stinkehaufen-Code. Okay, Leute, ich konzentriere jetzt. Die beiden sind stark. Oh, ho, 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 oh, yeah. Yeah. Ich wollte nicht erinnern, das Game. I mean, ich hatte Impacte. Ja, hab ich mich doch gut konzentriert, würde ich sagen. Nice. Jetzt, ähm, hoffe ich, bin ich nicht dumm gewesen. Hab richtig gerechnet. Ich reporte den Typen trotzdem, ne? Auch wenn der jetzt am Ende wieder gut gespielt hat, aber... Das ist disgusting, wirklich. Stop tilting, idiots. Ah, 200 LP, mein Zuhause und Most Damage. Ich spiele aber weiter wie New Grandmaster. Nee. Das ist ein guter Twitter-Post. Das akzeptiere ich so. Ich wechsle auf meinen, äh, anderen Account, wo ich noch Placements machen muss. Das akzeptiere ich so. Und, das ist ja ein guter Ruf. Das akzeptiere auch in der Prüfung desaretz. Das akzeptiere ich so. Und, das ist ja ein guter Weg.